Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Mann mit gutem Geschmack Gute Laune für das Traumschiff Ein Knaller für den Sprengmeister Meine Damen und Herren, sehen Sie nun eine weitere Folge unserer Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst. Dazu begrüßen wir die Zuschauer in Österreich, in der Schweiz sowie in unseren Nachbarländern, in denen wir empfangen werden. In Zusammenarbeit mit der Polizei wird Eduard Zimmermann wieder über eine Reihe ungeklärter Kriminalfälle berichten. Sachdienliche Hinweise nehmen wie immer alle Polizeidienststellen oder unsere Aufnahmestudios in München, Wien, Zürich und Potsdam entgegen.